Musik Fiebermessung kann ohne weiteres dazu beitragen, dass die Leute ruhiger sind und entspannter sind und für sich selber denken. Okay, ich bin jetzt da gemessen worden, ich habe nichts, im Augenblick ist alles in Ordnung. Und auch die Vorstellung haben, sie gehen in einen sicheren Bereich, wo Risikopersonen mit Ansteckungsgefahr ausgefiltert worden sind. Alle reden jetzt über moderne Technik, um Corona einzugrenzen und das ist das naheliegende Jahr. Das, was man so liest, ist, dass Fieber eins der Hauptsymptome ist. Und wenn dieses System zuverlässig erkennen kann beim Betreten des Hauses, dass da eine Gefahr vorliegt, dann schützt es letzten Endes Menschenleben. Und deswegen versprechen wir uns da eine ganze Menge von. Musik 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 Musik